Ah, voll getroffen! Yes! Nice! Drei! Drei auf einen Schlag! Boah, aber das ist geil, ey! Yo, Leute, willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Das Ganze nennt sich Just for Fun, wie ihr es einfach getauft habt. Das Ganze könnte man eigentlich auch bezeichnen als Minecraft-Sammelspiele, wo auch runter jetzt Rage-Mode gehört wird. Wir sind jetzt hier gerade auf gama.id.net. Da, wie schon gesagt, Rage-Mode. Ab und zu vielleicht immer hier Ender-Games oder... Ja, wie mir das halt passt, ist halt Just for Fun. Wie gesagt, ich spiele heute einfach mal eine Runde Rage-Mode, falls ich hier irgendwelchen... Falls ich hier irgendeinen Server finde, der gerade so schön befüllt ist. Sieht gerade nicht danach aus. Dann gehen wir einfach hier rein. Ähm... Ich hab mein Minecraft-Sammelsausfind immer zu einem. Hab ich gerade ausgemacht. Ja... Ich hab mir für einen Monat lang Premium geholt. Einfach mal... Ja, einfach mal so... Dedeede... Mal gucken, wie lang diese Wartezeit hier ist. Ich weiß, ich könnte jetzt einfach mal hier voten, aber da hab ich keinen Bock drauf. auf Nuketown kennt man wahrscheinlich, wenn man Golf für die Black Ops 2 spielt, so wie ich es mal getan habe. Vielleicht gibt es das auch bald auf meinem Kanal. Ich überlege heute noch, ich hatte teilweise sowas auch mal geplant. Aber das kann ich jetzt gerade eben nicht versprechen, weil ich habe da bei der Aufnahme einfach gefehlt. Ja, so. Wird das hier mal was? Mensch, ey. Ich konnte ganz jetzt, ah ne, 30 Sekunden, okay, dann, äh, das geht ja noch. Also, Rage-Mode, ähm, sollte man eigentlich gut kennen. Das ist wie Stock und Stein bei Call of Duty Black Ops oder, äh, eher gesagt Call of Duty, ne. Macht ja keinen Sinn. Black Ops ist einfach nur ein Teil davon. Ja, ich glaube mal wieder scheiße, wie man es eigentlich von mir gewohnt ist. Auf jeden Fall braucht man hier, auf jeden Fall braucht man hier Bogenskills und die habe ich teilweise. Ja, das ist Nuketown. Einigermaßen. Halt jetzt in Minecraft-Version. Vielleicht schon. Ach du Scheiße, ich muss gleich was mit dem Sound leise machen. Hoffentlich versteht man mich, da ist die Nummer 1. Guck mal hier. Hehehe. Vorhin hinten. Schade. Aber ich habe ihn gekriegt. Nice. Das Ganze jetzt hier mit 5 Minuten. Oh, eigentlich 6 Minuten. Wahrscheinlich. Oh, da wurde ich weggemacht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, heute gibt es nur eine Runde hiervon. Fuck. Wir müssen auf jeden Fall bei der nächsten Aufnahme mal den Sound leiser machen. Auch schon. Boah, die legen sich hier gegenseitig um. Da oben. Schade. Nice. Let's mal gucken. Wie vierter bin ich denn? Ja, vierter. Ah. Schade. Wo ist hier mal einer? Da. Schade. Jetzt habe ich ihn weg. Und ich habe ihn getroffen. Nitze. Oh, Nitze. Ich bin auch nur wow. Nein, und ich bin genau da reingesprungen. Als hatte der Glück, der Junge. Und da habe ich meinen Kill wieder gut gemacht. Schade, ich habe ihn nicht in die Luft geschmeckt mit meinem, äh... Und schon wieder denselben Weg gemacht mit dem selben Trick. Das war... Nice. Ja, und jetzt wurde ich eben... Weggekommen. Ich mag halt keiner. Oh, Alter. Ich stirb. Yes. Bitte. Ich muss mal hier über die Map rennen. Hier ist da... Hier ist ein Typ von hinten. Weg. Ich hatte einen Weg. Was ist das? Scheiße. Ich hätte ihn wahrscheinlich gemacht. Erstmal wegrennen. Wie so eine Pussy. Ja. Wie so eine Haarige. Oh, voll getroffen. Yes. Nice. Drei. Drei auf einen Schlag. Boah, aber das ist geil, ey. Alter, legt mir im Arsch. Zwift, acht habe ich. Zwift, Kitz, äh... Ach, Tode. Hm. Heißer Nacht. Fight like a warrior. Töne, 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 Töne. Ach, schade. Verdammt. Aha, meiner. Oh, die haben sich gegenseitig weggemacht. Das ist so schön. Komm her. Nein. No, da wurde ich... Ach, ich habe einen Fall getroffen. Ach, Mann. Schade. Ich wollte ihn eigentlich... Messer! Das ist ein Hacker, 100 Pro. Ich konnte nicht schlagen, Alter. Oder das ist ein scheiß Slagger. Kann auch gut sein. Einfach mal da in die Richtung ballern. Vielleicht ist da ja irgendwie einer, den ich treffe. Und da habe ich einen getroffen. Nice. Gute ist, der hat mich nur gemessert. Es gibt nur noch gute Punkte. Nein! Ach, schade. Ich hoffe, das Ganze kommt gut an. War nice. Das war nice. Das war so nice. Alter. Ich glaube, den Dreier-Kill, den ich gemacht habe, den werde ich vor den Trupp packen. Oh, nochmal nice. Fight like a warrior. Wieder so ein kleiner Leg. Oh, lol. Alter! The fuck? Voll hochgeflogen, ey. Ich bin nur noch, äh, 5 da. Schade, was ist los? Was ist mit mir, Leute? Ich versuche die ganze Zeit eigentlich nur zu tun. Hier, da. Einfach mal da in die Richtung werfen. Da! Ne. Nein, danke, warrior. though, I don't even know what I have to do. Oh, daddy, I was going to do. Oh, I have to do this. Oh noice, direkt mal zweiter. Oh no, nein. Schade. Ich sollte nicht trollen. Ich kann mich nicht wiederbeleben. Ja, genau. Direkt mal einen kassiert, Alter. Kann hier mal einer rumstehen? Da ist einer, Afka. Komm schon. Yes. Nein, du nur... Fuck. 19. Ich bin dritter. Nein. Alter, was ist das denn? 100 pro Hacker oder so. Kann ich mir nicht vorstellen, ich hatte 5 Kids hintereinander gemacht. Okay, fast hintereinander. Indirekt hintereinander. Wie auch immer hintereinander. Das ist mir scheißegal. Nein, ich bin dritter geworden. Juhu. Das ist wunderbar, nice. War eigentlich ganz nice. Teilweise ein bisschen schwankend, aber war nice. Das sollte es erst... Das sollte jetzt erst mal gewesen sein von der erste Folge von Just for Fun. Minecraft Sammelspiele oder wie auch immer man es nennen kann. Ich denke, es ist Just for Fun einfach so. Das kommt immer wieder zwischendurch. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen oder zu fragen, wann das kommt. Das kommt immer wieder zwischendurch. Wie schon gesagt. Einfach wenn zum Beispiel keine Folge von FIFA oder so parat liegt. Dann kommt zum Beispiel sowas. Ja. Natürlich auch immer wieder mit Gästen. Das war es jetzt erst mal von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Ciao. Ciao.